Liebe Teilnehmer und Schülerinnen, aufgrund der unsicheren Situation haben wir heute entschieden. In der Woche vom 8.2.2021 bis zum 12.2.2021 ist für alle Heimlernphase. Alle Schüler und Teilnehmer bleiben zu Hause. Plan für die Woche vom 15.2.2021 bis 19.2.2021. Beginn für die Berufsschule soll Montag, der 15.2.2021 sein. Der Zeitplan wird derselbe sein wie für die Woche vom 8.2. bis 12.2. Vielleicht können wir auch mit der Praxis beginnen. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen auf die neue sächsische Corona-Schutzverordnung warten. Wenn wir mit der Praxis beginnen, dann erst am Dienstag, den 16.2.2021. Wir werden am Ende der Woche eine Tabelle veröffentlichen. In der Tabelle wird für jede Gruppe bzw. Klasse stehen, wie es nächste Woche weitergeht. Bis dahin, bleiben Sie gesund!